Für Max ist ein Tag ohne Sport ein verlorener Tag. Momentan hat er leider einige von denen. Er hat akute Kniebeschwerden. Auch Katrin leidet im Moment. Sie ist gestürzt und hat sich dem Knöchel verknackst. Das Resultat? Bänderschmerzen. Und Michi hat starke Kreuzschmerzen, wegen der falschen Haltung beim Heben einer schweren Kiste. Was haben nun die drei gemeinsam, außer den Schmerzen? Ihr nächstes Ziel, das Zentrum für Mobilität. Im Zentrum für Mobilität werden nach exakter Diagnose multimodulare Behandlungskonzepte erstellt, die individuell auf die Bedürfnisse der Patienten ausgerichtet sind. Dabei werden konservative Behandlungsmethoden grundsätzlich bevorzugt. Dank seiner langjährigen Erfahrung und umfangreichen Spezialausbildungen, wie zum Beispiel im Bereich der manuellen Medizin, Akupunktur und modernster Therapieformen, ist Dr. Gründler bei Beschwerden am Bewegungsapparat der Spezialist für Sie. Ob Verletzungen oder Vorsorge, Dr. Gründler steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Dr. Gründler ist seit 2000 als orthopädischer Chirurg tätig und hat festgestellt, dass es 10 Jahre braucht, bis man alles exzellent operiert. Und nochmal 10 Jahre dauert, bis man weiß, dass nicht alles operiert werden muss. Für Max, Michi und Katrin hat sich der Besuch im Zentrum für Mobilität jedenfalls gelohnt. So hat Dr. Gründler Max wieder zum Springen gebracht, bei Katrin durch die Verabreichung von Spritzen das Band wieder zusammenheilen lassen und Michi mit Kernspinn und manueller Therapie von seinen Schmerzen befreit. Von Beginn an hat Ihnen Dr. Gründler viel Zuversicht gegeben und hat Sie durch seine humorvolle Art zum Lachen gebracht. Alle sind wieder fit und hatten viel Freude dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020